Wenn da schon diese Schräge ist, die andere? Warten wir mal, bis sie kommt. Na? Und? Ja, perfekt. Das heißt, wir sollten eigentlich nur das dritte hochfahren und... Ich fahre runter. Na, wie nächstes hat mein Würfel gerettet. Also, okay. Wir haben... Wir müssen den Würfel wieder mitnehmen. Und ich hau, flieg schon wieder runter. Also, ja. Also, da ist es gerade wirklich der Würfel dran schuld, weil ich wegen dem nichts sehe, wo ich hinspringe. Und das war jetzt meine eigene Dummheit. Diesmal kann ich nicht auf den Würfel schieben, verdammt. Also, ich fahre jetzt erstmal den drüber und mach es dann nochmal, weil es so lustig war. Die letzten zwei Male, drei Male. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So. Ja. Ja, so. Also, hier Schalter drauf stellen. Geschafft. Der gewichtete Begleiter-Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Ja, das hat er. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten. Nein. Er muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter-Kubus zur Aperture-Side-Intelligenz-Motor-Brennungsanlage. Was? Ähm. Ähm. Ich soll meinen lieben, lieben Würfel da reinwerfen? Meinen allerbesten Freund in das Feuer? Niemals. Äh. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker, das Enbridgement Center, das Abitur Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die starke Hilfe freigesprochen hat. Okay, aber wir müssen unseren lieben, lieben Würfel töten. Mann. Mein Lieblingswürfel. Ah. Mein Würfel. Nein. Aber egal. Ja, wir mussten ihn opfern. Ja. Und wir gehen noch gleich weiter in den nächsten Kammern. Die nächste Kammer... Ist das jetzt schon 18 oder sind wir jetzt noch 17? Ich weiß es gerade gar nicht, weil, wie gesagt... Mittendrin. Aber ja, wir sind hier. Das Experiment nähert sich seinem Ende. 18. Das Enbridgement Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ja, hier, ihr seht, wirklich alle Gefahren gibt es hier in diesem Level. Es ist dort schon Level 18 von 19. Und... Ja, hier gibt es entweder die leichte Methode, rüber zu kommen. Oder die coole. Und ich mach die coole. Da haben wir hier ein Portal. Hier ein Portal. Boah! Okay, das ist auf jeden Fall cooler, als einfach nur hier so rüber zu sprengen. Das ist so langweilig. Und hier haben wir wieder... ...Blöcke offen. Wo wir... ...die wir auch sogar schieben können. Wo wir... ...wieder hinter... ...hinter kommen. Und ja, hier sehen wir wieder die Standardaufstattung. Wasser und Bohnen. Und... ...einen Kübel. Falls einmal nach all diesen Bohnen schlecht wird. Hier wieder die typische... ...die typische... ...ähm... ...ja, Bratstation, wie man es nennen kann hier. Weg! Ach! Und... ...todurch schnell das Radio beseitigen. So. Dann ist hier auch Ruhe. Ja, da oben ist nix. Das weiß ich noch. Und wir gehen noch gleich weiter einfach. Ja, wir wollen da hoch. Das heißt, wir machen auf jeden Fall mal eins hier hin und... Und... Na, uhuhuhuhuhu. Wie tief geht's? Ja. Okay, wir brauchen ein anderes Portal. Ihr seht, die Wände sind unbeschießbar. Das heißt, wir können jetzt entweder... Ich mach's so. Ja, genau. Ich mach's so. Ja, ja. Ich sterbe erst mal. Okay, ich mach's... Nein, so geht's nicht. So geht's nicht. Hm. Dann mach ich's einfach... Lade. Ja, dann mach ich's... Experiment nähert sich seinem Ende. Okay. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Dann mach ich's so. Und spring hier so rein. Das ist nämlich sicherer. Oha, das war schon wieder so ziemlich knapp eigentlich. Und, ja. Hier ist eine 2. Da ist eine 3. Das heißt, wir müssen wollen da hoch. Müssen wollen. Und hier kann man auf den Boden schießen. Und als nächstes wollen wir... 4. Hier ist die 4. Da wollen wir hin. Und... Oha, nicht so weit fliegen. Also, hier haben wir eine Tür. Und die Punkte gehen da rüber zu dem Knopf. Ach, beobachte mich nicht. Ja. Ihr seht, eine ausgefahrene Plattform... ...heißt eigentlich immer, dass man... ...ja, dass man fliegen muss. In diesem Spiel. Das heißt aber, wohin... Okay, Moment. Machen wir hier ein Portal. Und dann... So, ich weiß nicht, ob es reicht. Ja, es reicht. Und... Da können wir... Ne, da können wir nirgendwo hinschießen. Was? Oh Gott. Das heißt, wir brauchen Würfel. Und... Auf mich wurde jetzt schon geschossen. Ich bin noch nicht mal da drin. Also... Angst? Okay. Erstmal den Knopf hier drücken und... Wow, ihr seht schon. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig erstmal hier hinter. Und... Wow. Wow. Viele Drohnen. Aber die... Ah, okay. Warte mal, Moment. Die Drohne hier, die ist... sehr, sehr nah an der Wand dran. Das heißt, die... Versuche ich mal schnell auszuschalten. Okay, vorsichtig. Ja, genau. Die da oben sieht mich dann sonst nämlich. Okay, okay. Also, die weiß jetzt... Die sieht nicht. Also, aufpassen. Also, schnell. Okay, nochmal warten, bis sie wieder einschläft. Jetzt... Jetzt... Wow, Banzai! Und... Wow. Wow. Ich wurde jetzt stark angeschossen, aber... Äh... Eine ist weg. Okay. Also. Was haben wir hier noch? Da haben wir einen Schalter. Den drücken wir einfach mal. Äh... So. Und dann geht hier die Türe auf. Das heißt, wir wollen die Kugel... Boah. Die hier rumfliegt... Da reinkriegen. Das heißt, auf jeden Fall... Die Frage ist... Ja, das hier ist klar. Das ist genau gegenüber. Und dann... Das andere dann hier hin. Weil es ist die Frage... Es fliegt ja durch und kommt da raus. Aber da ist die Tür zu. Wie? Ah... Ich verstehe es schon. Da müssen wir schnell sein. Okay. Okay, okay. Da fliegt jetzt einer hin. Und sie ist draußen. Ja. Das hat auch gleich super geklappt. Und hat den Aufzug aktiviert. Jetzt ist nur noch die Frage... Wie kommen wir... Darüber, ohne dass die uns töten? Weil ich glaube, die schießen... Ja. Der hat mich sogar schon fast gesehen. Hä? Also, was... Kugeln. Kugel, Kugel. Diese Kugel. Moment. Sich gegen... Gegenseitig schießen die sich nicht ab, oder? Wenn ich das einfach mal so mache. Ne, die schießen sich nicht gegenseitig ab. Aber... Ich glaube, ich glaube, ich kann die sogar mit dieser Kugel so treffen. Moment. Moment. Wenn das klappt, dann wäre es... Ja, genial. Genial, das geht. Okay, also dann heißt... Das nächste Portal hierhin und... Hierhin. Und da jetzt die Kugel hinfliegt. Und da vernichten wir den ja auch schnell. Boah, wir sind so böse. Und... Und... Peng! Das sieht geil aus. Also, dahin hin und... Da fliegt doch gleich die nächste. Und Peng! Und damit ist jetzt der Weg frei, für uns darüber zu gehen, wenn der Aufzug sich mal beeilen würde. Naja, der Aufzug... Naja... In Anführungszeichen Aufzug. Ihr wisst, was ich meine. Also... Darüber... Wo er der Würfel ist. Bei uns ist hier nichts. Und ja, da komme ich nicht hoch, dass ich gleich... Also müssen wir eindeutig hier runter. Und was macht der Knopf? Der Knopf macht das hier wieder auf. Da haben wir zwei Wände. Und ähm... Äh, ja. Moment. Also hier könnten wir wieder raus, aber das wollen wir auch gar nicht. Ähm... Ah, hier unten haben wir auch eine Plattform. Ah, ja, wenn hier unten auch eine Plattform ist, dann gibt es natürlich ganz neue Möglichkeiten, wie wir dieses Ding benutzen können. Dann machen wir unseren Portal da drauf. Also geht's um dringendor tempting zu verstehen, oder?